3000 Watt Wasserkraftgenerator 220 Volt Wasserrad Wasserturbine Hydroenergieerzeuger Anweisungen zum Einbau Ein 3 Kilowatt Wasserturbinen Generator Wenn Sie brauchen Um elektrische Ventilator Waschmaschine Klimaanlage Kühlschrank Oxygenator Wasserpumpe Elektromotor Etc. Ausrüstung verwenden Müssen Sie reine AC 220 V 50 Hertz minus 60 Hertz Sinuswelle Wasserturbine Generator zu unterstützen Preis etwa 540 Euro und 99 Cent